so ab diesem Monat biete ich auch wieder Live-Sitzungen an und ja, meine Kurse findest du auf liebeschip.de. Ich habe ja jetzt auch einen Kurs für Minuspole, für Hardcore-Minuspole. Kommt super an und du kannst auch noch einsteigen in die aktuellen Challenges Selbstliebe und Manifestationen. Und ganz kurz noch ein Hinweis zu dem Dating-Projekt Soulmatching. Wenn du zu den 500 Uhr-Usern, gehörst, die wir jetzt haben, kannst du den später mal ersten Monat Vollmitgliedschaft kannst du umsonst kriegen, wenn du noch zehn weitere Leute über deinen Link, den du hast, wenn die sich auch registrieren. Aber da kriegst du heute eine Mail. Guck vorher, ich habe auch mal einen Spam-Folder rein oder morgen kommt die Mail. Und gilt für Liebeschip übrigens auch. Da habe ich jetzt noch gehört, das ist manchmal echt schwer, dass die Dinger nicht im falschen Ordner landen. Guck dir gegebenenfalls mal nach. Aber jetzt zum Thema, endlich. Kann ich mich in jemanden verlieben, den ich nicht attraktiv finde? Fand ich neulich mal eine echt coole Frage. Ich glaube auf Instagram. Ja. Und da gibt es überraschend viele Antworten zu. Also so nach meinem Dafürhalten sind, so wie ich das verstehe, sind vor allen Dingen Frauen super. Nee, Männer, nicht Frauen. Männer sind super visuell. Für Frauen ist häufig Souveränität, Selbstbewusstsein wichtiger. Und da kann durchaus sein, dass ein Mann, ja, vielleicht für die keine zehn ist, auch keine neun, auch keine acht, auch keine sieben. Vielleicht ist es nur, also unterhalb einer fünf, der hätte man eigentlich niemand, aber es ist vielleicht gerade mal eine sechs oder so. Aber der ist so voll krass in seiner Polarität und so fucking James Bond, sag ich jetzt mal, ne? Also so cool und autonom und trotzdem nett und charmant. Und ja, da kann es, also Polarität schlägt, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht so ein Problem hat mit einem falsch programmierten Liebeschip, schlägt Polarität letztlich fast alles, so, ne? Das muss man ganz klar sagen, so. Das ist ein Riesending. Vor allen Dingen, wenn Frauen und Männer daten. Andersrum, ja, für Männer zählt auch, weil die Polarität viel, aber muss man fairerweise sagen, für Männer ist es auch ihre subjektive Vorstellung von Optik, ist natürlich bei jedem Mann anders. Spielt auch eine große Rolle. Ja, dann gibt es natürlich, klar, wenn du jemanden länger kennst, was ja auch gut ist, also Optik, sag ich immer, hast du die Eintrittskarte, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf meiner Arbeit jemanden kennenlernst, und du einen längeren Zeitraum kennenlernst und dich langsam verliebst, kann es auch gut sein, dass du nicht exakt, wo du sagen würdest, das hätte ich jetzt gedacht, das ist mal ein optisches Beutelschema, weil, ja, weil der Charakter wird natürlich immer wichtiger, wenn du jemanden kennenlernst, weil, also du kannst die schönste Frau am schönsten Mal in der Welt haben, also ganz ehrlich, wenn der ganze Rest nicht passt, wenn die Kompatibilität nicht da ist, wenn deine Standards nicht erfüllt sind, wenn keine Loyalität da ist, wenn keine Ehrlichkeit da ist, man hat da keinen Spaß dran. Das ist, das macht einfach, also irgendwann, ja, irgendwann, klar, man findet dann vielleicht Sex erst toll, aber wenn du dann 50 Mal mit jemandem geschlafen hast und der ganze Rest stimmt nicht, dann bringt dir das irgendwann auch nichts mehr. Klar findest du dann immer noch hot, aber denkst du dann irgendwann, ja, und jetzt? Was ist jetzt? Wie geht's weiter? Also, insofern, ja, sollte man das auch nicht überbewerten, aber es ist eine Eintrittskarte, so. Und dann darf man dich auch nicht vergessen, wenn diese Person, die nicht so für dich persönlich nicht so attraktiv ist, wenn die voll auf deinem Liebeschip liegt, vor allen Dingen dem, wenn du vielleicht noch ein paar toxische Themen aufzuarbeiten hast, äh, alter Falte, also es gibt wirklich Sachen, äh, wo, wo Leute liebessüchtig werden zu Menschen, wo wirklich der gesamte Freundeskreis sagt, was, ich meine, natürlich ist jeder Mensch das gleich viel wert letztlich und jeder ist irgendwo liebenswert, äh, aber wo wirklich der ganze Freundeskreis sagst, was ist da los? Das ist alles nur, da passt doch gar nichts und, äh, keine Ahnung, äh, ist nicht dein Beuteschema, wohnt in Timbuktu, äh, weiß ich nicht, äh, hat schon zehnmal gelungen, ist fast gar nichts und trotzdem verliebt man sich total dahin, ja, das ist dann der falsch programmierte Liebeschip, wo man irgendwelche Kinder erzählen und sich vielleicht nochmal angucken muss und, äh, der falsch programmierte Liebeschip schlägt leider auch, also der schlägt sowieso alles, müsste ich eigentlich mal mehr drüber machen, das ist eigentlich ein total spannendes Thema. Also wenn jemand so, wenn es so eine krasse Wundenanziehung gibt, da ist einfach alles zu spät irgendwie so, ne, also, und wenn dann vielleicht noch Polarität dazukommt oder man findet ihn optisch, das ist natürlich, da ist richtig die Kacke am Dampfen, was er auf Deutsch gesagt, ähm, ja, krass, äh, naja, das mal ganz kurz dazu, ähm, wenn du Fragen an mich hast, kannst du bei einem Formular auf Liebeschip.de stellen, ganz normal, das Leben geht, also, Liebeschip Leben geht halt außerhalb dieser Soulmatching App-Geschichte natürlich ganz normal weiter, ähm, und, genau, heute Abend wollen wir mal ganz entspannt, ähm, über den Bachelor reden wieder, mal ein bisschen was Lockeres auf Twitch, wenn wir noch mal Lust haben, dazuzukommen, und ansonsten werden wir uns bald wiedersehen. Wir sehen uns bald wiedersehen, wenn wir uns bald wiedersehen,